Was ist die Symptome von Angehörigen? Durch die Fliegel von Angehörigen kann es häufig zu Überforderungen kommen, beispielsweise auch dem Gefühl von Ohnmacht oder Hilflosigkeit oder auch einem Kontrollverlust. Was ist die Symptome von pflegenden Angehörigen? Die Symptome von pflegenden Angehörigen können ganz unterschiedlich sein. Die können sich im körperlichen Bereich abspielen, beispielsweise durch Schmerzen oder aber auch im seelischen Bereich. Oder auch Appetit oder Schlafstörungen können hier eine Rolle spielen. Die Angehörigenambulanz kann hier konkret helfen. Ähnlich wie bei einem Facharzt führen wir zunächst mit Ihnen ein diagnostisches Gespräch durch und analysieren dann gemeinsam mit Ihnen Ihre Situation und auch die Pflegesituation. Hieraus ergeben sich dann ganz unterschiedliche Möglichkeiten der Hilfestellung.